den kann ich nicht hören so hallo leute willkommen zu einem neuen video heute teil 2 auch philipp ist wieder dabei und wie ihr im hintergrund sehen könnt der ihc 523 und der spalter und natürlich das nächste holz philipp hat schon ein bisschen vorgesägt und ja jetzt fangen wir dann an zu spalten und 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 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann kam der Regen und wir mussten aufhören zu arbeiten Und wie es Forrest Gump pflegte zu sagen Es regnete unaufhörlich Große Tropfen, kleine Tropfen, lange Tropfen Es nieselte, es hagelte Es gab alles mögliche an Wetter Und nach drei Wochen Regen sah dann der Wald so aus Und dann kam der Wald so aus Und dann kam der Wald so aus Und dann kam der Wald so aus Die letzten Fälle Und dann kam der Wald así Und dann kam der Wald so aus Und dann kam er Lord so aus Und dann kam er die